Hallo und willkommen meine Freunde zurück zu FortressCraft. Was soll ich euch sagen, ich habe gestern das Unmögliche unmöglich gemacht und ihr seid jetzt bei der Live Premiere mit dabei. Mich hat das alles so aufgeregt. Und zwar fangen wir hier unten mit den Neuerungen an. Hier das komplette Lager ist weggeratzt. Also komplett haben wir hier das Lager abgerissen. Hier steht nichts mehr. Jetzt können wir uns mal später überlegen, was wir hier noch reinpacken werden. Aber hier steht jetzt nichts mehr. Ich habe wohl jetzt einer der größten Anlagen gebaut für mich, die ich je in einem Spiel gebaut habe. Mit über 700 Fließbändern habe ich jetzt hier das größte Verteilerzentrum für mich selbst gebaut. Also hier hat sich nichts geändert, aber passt mal auf hier meine Freunde. Hier geht es los. Wie gesagt, über 700 Bänder sind verbaut. Und hier unten drunter kann ich euch mal zeigen. Ich kann mal kurz hier reingehen. Seht ihr, es ist doppelt. Und hier unter geht es hier richtig 64 Meter in der Tiefe. Und es kommen 10 Bänder hier hoch. 10 Bänder, ja ihr habt richtig gehört. Die hier alles, wie gesagt, an Erze hoch, sortiert hoch bringen. Also das ist eine große Sortiereinlage, ja. So, ich mache aber hier wieder zu. Wie gesagt, also hier kommen Bänder hoch und wir sortieren unten in 64 Meter Tiefe. Da werden wir auch unseren großen Bahnhof machen für die Cards, die ankommen und so. Also hier, wie gesagt, sehen wir jetzt schön, wie die Erze transportiert werden. Das wird noch gekreuzt mit Kohle, die denn hier in unsere Brennanlage reingeht. Also hier geht Kohle rein, die denn unsere Brenner hier zum Leben erweckt. Dann geht es weiter hoch. Hier ist wieder eine Verteilanlage, wo hier 10 hochgehen, 10 Bänder und hier gehen 10 Bänder. Ich kann mal hier drauf laufen. Ihr seht es denn, wie viele Bänder das wirklich sind. Und jedes Band hat ein anderes Erz. Das heißt also, 10 verschiedene Erze werden wir jetzt auf ein Band setzen und brennen, ja. Also wir sortieren unten aus und die kommen schon sortiert hier hoch normalerweise. Dann habe ich ja da hinten, haben wir ja gesagt, haben wir die Storage weggemacht. Die setzen wir jetzt dafür hier hin. Ich meine, wir spielen ja immer noch mit dem Mod, mit dem Storage Block und da gehen 50.000 Items rein. Also ich weiß nicht, da braucht man jetzt nicht nochmal ein extra Lager. Wir werden hier auf jeden Fall noch ein schönes Schild vormachen oder was weiß ich was wie. Da müssen wir mal schauen, was wir da letztendlich machen. Oder hier einen kleinen Generator und ein bisschen Strom abzwacken, dass wir hier Licht drin haben, vernünftig. Diese Lampen, die geben irgendwie so ein überstrahltes Licht, ich weiß nicht. Also das, wie gesagt, ist unsere neue, neue Brennstraße. Und schaut euch, ja, ich kann mal gucken, dass ich hier drauf komme, hier so. Also wie viele Stunden wir jetzt hier investiert haben. Fünf Bänder oben und darunter fünf Bänder. Insgesamt zehn Bänder, wo wir Erze schmelzen könnten. Ich glaube, es gibt noch nicht mal so viel, zehn, ich weiß gar nicht, ich gebe zehn verschiedene Erze, die man brennen kann. Ich glaube, wir sind bei acht oder so. Haben wir zwei Bänder frei, wo wir vielleicht mal Kohle raussortieren können oder was weiß ich was. Auf jeden Fall haben wir hier richtig schniekes Zeug. So, dann mache ich jetzt mal hier eben schnell die Wand zu. Sehe ich gerade, da ist noch die Wand. Und dann zeige ich euch unten das Herzstück. Da bin ich aber noch nicht ganz so weit mit zufrieden, beziehungsweise fertig. Das ist jetzt soweit auch wieder hier in Ordnung. So, so passt das alles, ne? Ja, also das sieht jetzt wieder sauber aus. Wie gesagt, unsere Brennstraße. Der Raum hier bleibt frei. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Da haben wir mit Sicherheit noch eine Verwendung für. So, dann geht es jetzt einmal bitte in den Keller. Zu den ersten 64 Zentimeter. Und hier ist das Herzstück unserer Anlage. Wie gesagt, so eine große Anlage habe ich noch nicht gebaut. Und ihr seht es jetzt, ich habe jetzt hier nur zugemacht, damit ich hier drüber laufen kann. Wie die Bänder hier hochgehen. Also wirklich immer fünf nebeneinander. Und hier gehen auch fünf neben Bänder 64 Meter hoch. Und hier werden dann die kompletten Erze alles hochgeschifft. Hier unten werden die Erze grundsätzlich angeliefert. Und hier ist es, hier geht es weiter mit den ganzen Bändern. Also hier habe ich jetzt die ersten fünf angeschlossen. Die werden dann hier hoch transportiert. Auf dieses Band. Und jetzt bin ich die letzten fünf am Anschließen. Die schließen wir jetzt hier an. Ich hatte aber keine Bänder. Ich musste immer wieder neue Bänder machen halt, ne? Also meine Bänder waren wieder auf. Und jetzt legen wir hier eben neue Bänder. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, und wie gesagt, das ist meine riesengroße Sortieranlage. Da muss ich jetzt hier einen großen Bahnhof bauen, wo die ganzen Minecarts ankommen. Aber das mache ich gleich erst, wenn ich jetzt... Lass mich erstmal hier die Anlage jetzt stehen haben. Hier kommt ein riesengroßes Stromverteiler-Ding hin. Hier machen wir zu. Das machen wir natürlich wieder auf. Das soll ja tiefer gehen. Äh, das ist jetzt nicht so die Frage, ne? Aber jetzt, wie gesagt, erstmal meine Sortieranlage fertig machen, damit die denn ans Laufen kommt. Ihr seht, alle Erze stehen im Moment. Das hat auch seinen Grund, ähm, weil ich die ja erst testen möchte, ne? Die Anlage. So, kann ja sein, dass ich jetzt hier irgendwie einen Fehler mache. Und dann muss ich ganz schnell irgendwo was abreißen. Aber dann, äh, ja. Lassen wir die leer laufen. Und dann... Müssen wir den Fehler halt korrigieren. So, seht ihr, die nächste jetzt noch die letzten drei. Und dann haben wir eigentlich unsere Anlage komplett angeschlossen. Wie gesagt, hier werden alle Erze... Da erkläre ich euch jetzt gleich nochmal, was ich hier genau gemacht habe. Sortiert mit Auffangbecken dahinter. Aber die sind jetzt auch wieder voll. Aber wir werden auf jeden Fall immer für einen Fluss sorgen. Immer und immer wieder. So, jetzt das letzte Band, oder... Äh, haben wir eins verpasst? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieso habe ich denn noch zwei frei? Was kann da jetzt nicht? Eins, zwei, drei, vier. Ach so, hier, das kommt wahrscheinlich da oben noch hin, ne? Hä? Eins. Moment. Eins. Ist doch angeschlossen, ne? Ja. Du bist angeschlossen. Zwei, drei, vier, fünf. Hä? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, zehn. What the hell ist hier los? Warte mal. Ich schließe das jetzt auch auf jeden Fall nochmal an. Irgendwie haben wir da vorne das erste falsch angeschlossen. Ja, wieder ein Angriff. Hatten wir ja schon lange keinen Angriff mehr. Sehr schön. So. Müssen also jetzt knapp 800 Fließbänder verbaut sein. Oh mein Gott. Du bist angeschlossen, du bist angeschlossen, du bist angeschlossen, du bist angeschlossen und du bist angeschlossen. Und hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe hier fünf Bänder angeschlossen. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber hier fehlt ein Band. Hallo? Welches Band fehlt denn hier? Du bist angeschlossen, oder? Du musst wahrscheinlich... So, Moment. Du musst gedreht werden. Und du musst auch gedreht werden. So, dann gucken wir das nochmal, ob das richtig ist, was wir jetzt hier gemacht haben. Also. Du kommst raus, gehst hier hin und gehst auf Band eins. Band zwei kommt hier rum. Ist eigentlich richtig. Band drei geht hier. Dann müssen wir dich aber schon drehen. Band drei geht hier. Hier rum, hier rum. Äh, hier ist ein Fehler drin. Hier ist ein verkackter Fehler drin. Also Band eins und Band zwei sind richtig. Auf jeden Fall. Oder? Der geht da drauf, der geht da drauf. So, aber hier der dritte Ding ist doch schon falsch, denn. Du bist doch schon Dreck, musst du so rum. Wenn du zwei rauskommst. Ne, du warst auch richtig. Du gehst da hin. So. Was machst du denn? Du gehst gerade und dann gehst du dahin, auf das Band. Musst du nicht geradeaus. Nummer drei muss doch geradeaus, ne? Nummer vier geht auch geradeaus. Und das letzte Band, das müsste geändert werden, irgendwie. Beziehungsweise, das ist das erste Band. Das geht auf das Band und dann das. Zweite geht dann, genau. Du musst dich nämlich drehen. Da ist mein Fehler. Da rauf. Aber das hätte doch eigentlich durchfahren können. So, und das dritte. Boah, wo ist denn jetzt der dritte Mann? Wie kompliziert. Also, eins. Aber wir gehen mal Dreck hier so weg. Also, das hat ja so keinen Zweck. Damit ich hier mal ein bisschen den Durchblick bekomme. So, du drehst dich wieder. Und gehst jetzt mal da drauf. So, jetzt mach ich das mal eben weg hier. Damit ich hier nicht durcheinander komme. Jetzt habe ich einen zu viel weggemacht, aber das repariere ich jetzt wieder. Also. Zack, du bist angeschlossen. Jetzt kommt Band zwei. Zack. Zack. Und. So. Band zwei müsste jetzt angeschlossen sein. Was ist denn mit Band drei? Wo ist denn Band drei? Band drei wäre das hier. Ja, aber das wird schon von Band zwei genutzt, oder? Hier stimmt aber nicht. Eins, zwei, drei, vier. Bin ich denn jetzt total knalle? Oh mein Gott noch. Das ist doch richtig hier, oder nicht? Wo sind meine fünf? Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann mach ich mir jetzt hier mal einen Block hin. Weil ich weiß, hier eins, zwei, drei, vier, fünf Linien habe ich. Erste Linie, richtig, verdammt nochmal. Mann, die geht doch da hin. So. Zweite Linie. Geht eben, ne, Moment. Zweite Linie geht zum zweiten. Fährt hier rüber. Zack, geht in den zweiten. Dritte Linie. So, eins, zwei, drei. Dritte Linie wäre das. So, du fährst jetzt einfach mal komplett geradeaus. Du fährst mal komplett geradeaus. Aber dann passt das hier nicht. Das ist nämlich mein Problem. Ich verstehe. Also, dann kann ich den ganzen Kleiderdage abreißen. Mir fehlt ein Ding. Ich muss das einen nach hinten versetzen. Oder halt, äh, nach links versetzen. Aber das kriege ich noch hin. Das werde ich jetzt offline machen. Schnell, äh, neu anschließen. Wie gesagt, ich muss einen nach hier hin. Oder ich gehe einen nach da hin. Je nach Themen. Denn, ähm, ich habe keinen Platz für die Drehung hier. Mir fehlte hier eine Drehung. Und das war mein ganzes Handicap. Und, ähm, ich habe den Fehler da gefunden. Also, äh, ich werde es auf jeden Fall jetzt korrigieren. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Und mit, vor allen Dingen bei der Einweihung seid, unserer Anlage. Ne? Also, bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Ciao. Und, äh, bye, bye. Sous-titrage ST' 501-4 Untertitelung. BR 2018